ja moin willkommen zurück zu crosscode das letzte mal haben wir dem beatbox penguin aufs maul gehauen haben den kaputten schild dafür bekommen und jetzt gehen wir die ganzen quests ab nicht wahr warte mal ist das wir waren schon in der höhle bin ich keine ahnung egal bergen möchte ich besser bergen nord laden kloster gasthaus aus 2 ok wo ist denn aber hier die heißen das noch mal iphone nickel bergener buddel kumpels wo ist das denn da wahrscheinlich war ich noch nicht drin ok das ist was anderes wir sollen mit ziegel finden ok aber wo ist denn dann jetzt die kneipe zwar wahrscheinlich irgendwelche kumpel die hat in der kneipe gesoffen haben erst mal zu dem anderen da weiß ich ja wo wir hin müssen aber nicht wie man dahin kommt hier wahrscheinlich nein ne da da oben oder ob keine ahnung wie man da hinkommt hier ist der typ macht man das so komisch wie von oben hier rein oder was denn gut ach dann gute machen müssen wir auch jemanden finden für müssen bereichen bei diesem kampf rang nie ist auch nicht so gibt mir das belohnung junge level up nice kampf rang b wo die typen sind weiß ich immer noch nicht jetzt können wir aber auf den dächern hier rumlaufen und irgendwas müssen wir auf den dächern finden darüber mal gucken ein ziegen kids springt auf den dächern von bergen herum nervt die bewohner ist es an dir ist zu fangen ach warte mal und die flecht hier ach ja da waren die bergen der buddel kumpels nein wurde die die bobo die so hier rein nämlich ja wir haben was ja wohl du hast noch was scheiße habe ich schon wieder weggeklickt what entwanzung nutze den buddel aufzug zum neuen stollen 1 und sprich mit daryl na gut wenn wir schon mal hier sind machen wir das einfach direkt mal dün 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 daryl neustach so das ist nicht daryl daryl ach mädel du musst der seeker sein den sie mir unterschicken wollten nimm es nicht persönlich aber wurde auch langsam Zeit dass du auch da wird immer ungemütlicher hier das sag ich dir also ab an eine schippe die akzente oder ja siehst du den schacht da der führt zu einer kammer wie zuletzt mal lucht haben stein hatte krabbel fischer ok wir sind einfach alles kennen die abgabe aktiviere die sprengladungssteuerung öffne sicherheitsbarriere ok und und noch die gar nichts machen und oder muss ich hier ran oh ah ok ah ihr lappen bam jaja so sieht das nämlich aus nur aufs maul kriegs freundchen nice ok jetzt müssen wir ja alles weg sprengen aber da sind immer noch welche dann bam 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 he he das ist cool puff 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 aua damn it oh ja schön double hit ja verdammt ouchi ja kam ran au uuuh 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 noch zwei Stück yes wir sind jetzt da drüben haha nice jawohl winzer exkrement ill stimmt was nicht natürlich oh fuck oh boy aua so okay jetzt können wir aber wieder hier hoch man so ungenau fuck okay 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 Oh mein Gott. Nein, fuck. Alles nochmal machen? Nee, okay. Oh, das ist hart. Hart, hart, hart. Ja, ja. Mm, 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 mm. Ma... All right, tja. Nein! Nein! All right. Mann! Hmmmm ok easy und noch einer sorry dass ich nicht so viel geredet habe aber das war anstrengend junge junge wir haben es gemacht bahnräder und blaue kugeln am bd bambi wo sollen wir das in rookie habe finde das ziehen kids irgendwo in bergen wo ist das ziegen kids glaube ich werde schneiden und zeigt euch wo es ist ich habe das hier gefunden ich weiß nicht ob es das ist nein das war was anderes okay ja dann bis gleich habe es gefunden da unten ist es nein bleib hier nein okay es ist abgehauen abgehauen wir müssen es verfolgen kann ich hier rein aber hier irgendwo hier war dieses andere ding was ich gefunden habe ich sehe noch nichts da ist es wie komme ich denn da hin und hier nein goddammit da rein okay wenigstens wissen wir jetzt genau wo es ist schön so du lappen komm ran nooo zur wache so missbring hey als seeker ich habe etwas mit dir zu kennen ich gehöre zur wache zu von bergen okay sein name ist in anführungsstrichen geschrieben ja grüß dich wurde von hauptmann brasser geschickt um diese schurken ziege in gewahrsam zu nehmen wurde aus aufgetragen sie außerhalb der stadt zu bringen wo sie hingehört gute ziege und boy okay es ist nicht ganz koscher bergen wache genau hier hast du erfolgreich du hast eine andere wache übergeben das hat sie daraus geschlossen okay er war keine wache ja okay jetzt sollen wir ihn nördlichen bergen trail ok wo der junge ist einfach alles ablaufen jetzt noch komischer umweg ist er jetzt ist der vielleicht bei der höhle aber mensch da ist so können wir den jetzt auf die fresse hauen oder was du lappen oh 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 our tschüss 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 Hauptmann, erst dann, komm. Später nochmal wieder, okay. Jawohl, 24, 24, ich wollte schon 44 sagen. Oh, du hast noch eine Quest. Falsche Wache, ah, wo er ist, okay. Aufstieg 4 des Bergentrails, aha. Aufstieg 3, ah, in der Höhle, wittig, okay. Gut, das schauen wir uns nächste Woche an, nächste Folge an. Da werden wir den falschen Wachmann fressern, hoffentlich. Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video, tschüss. Bis zum nächsten Mal.